Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Lebensfragen der Interview-Reihe mit Alexander Haus. Ich freue mich sehr, heute habe ich einen Gast aus dem Kanton Bern in der Schweiz bei mir. Sie heißt Shana und hat innerhalb von vier Jahren 38 Kilogramm verloren. Da interessiert uns natürlich, wie geht das und vor allem hält das, hält dieser Gewichtsverlust. Okay, herzlich willkommen Shana. Shana, wer bist du? Ich bin Shana und arbeite in der Heilsarmee in der Schreinerei. Wunderbar. Wenn man bei der Heilsarmee arbeitet, denke ich, da kann alles Mögliche Heilsame passieren. Hat es mit der Heilsarmee zu tun, dass du so viel Gewicht verloren hast? Nein, das hat es nicht. Es hat damit zu tun, dass ich es wollte und ich mich durch den Heiligen Geist leiten gelassen habe. Okay, spannend. Heilsarmee, Heiliger Geist, also und dann eine, ich würde mal sagen, eine Heilung in dem Sinn. Also du hattest eine gewisse Anzahl Kilos auf den Rippen, wolltest diese verlieren und bist da angekommen. Also heil, heil, heil. klingt super. Heiliger Geist, das hat was mit Gott zu tun. Ja, das hat mit Gott zu tun. Und als ich im 2014 98 Kilo war, war es mir unwohl und ich wollte abnehmen und hatte die Energie am Anfang nicht. Was hat dir die Energie gegeben? Als ich in meiner Freizeit in die Heilsarmee ging, habe ich Jesus in mein Herz eingeladen und der Heilige Geist und dann habe ich die Inspiration bekomme zum Abnehmen. Spannend. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, was sie mit Jesus erlebt haben, aber dass sie dann zum Abnehmen gekommen sind oder diese Inspiration bekommen haben. Was ist da abgegangen? Wie ist es von Jesus über den Heiligen Geist in der Heilsarmee zum heilsamen Abnehmen gekommen? Ich war zu einer Ernährungsberaterin gegangen und habe Tipps und Tricks bekommen, wie ich abnehmen kann. Und das habe ich umgesetzt. Es war am Anfang sehr schwer, aber es ging. Und was hat Gott damit zu tun? Also du sprichst jetzt in der Praxis dann von der Ernährungsberaterin. Sie hat dir Tipps gegeben, du hast das umgesetzt. Wo steckt da Gott? Gott hat mir die Kraft gegeben und die Energie, dass ich stark bleibe. Du hast im Vorgespräch gesagt, eben 38 Kilo abgenommen. Heute wiegst du 60 Kilogramm. Heute, das ist das Jahr 2021, aber du wiegst schon 60 Kilogramm seit 2018. Also das Ganze hält schon seit über drei Jahren an. Gibt es da irgendwie einen Trick? Ich meine, es ist bekannt, dieser Jojo-Effekt. Ich nehme ab und nachher stelle ich meine Ernährung wieder um auf das Alte. Und dann wiege ich meistens nicht nur 98 Kilogramm, sondern dann halt am Ende 120. Nein, es gibt nicht das Jojo-Effekt. Man kann das Gewicht behalten. Es ist empfehlenswert, Sport zu machen und zum Trinken Wasser nehmen und am besten keine Süßgetränke. Das ist das A und das A. Wow. Keine Süßgetränke. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, keine Süßgetränke. Auch wie sie immer heißen mögen, wir machen hier keine Werbung hierfür. Das scheint, Shana sagt es, einiges zu bringen. Gibt es noch andere essentielle Sachen, wichtige Dinge, die man neben den Süßgetränken und dem Sport, hast du natürlich auch erwähnt, einhalten sollte oder sich überlegen sollte? Am besten ist beim Essen langsam essen und nicht nur schnell hinein essen. Das ist mein Problem. Das scheint mein Problem zu sein. Meine Kugel wird wohl damit zu tun haben, ich weiß nicht, ich liebe es oder ich habe es einfach immer gemacht. Schnell essen? Okay, ich werde jetzt versuchen, langsam zu essen. Viel zu kaum. Super, vielen Dank. Bitte. Möchtest du den Zuschauern noch etwas mitteilen? Ich kann euch empfehlen, Alexander Haus ist ein sehr guter Therapeut. Wenn ihr Lebensfragen habt oder sonst etwas, ruft ihn an und kommt ins Gespräch. Man kann viel im Alltag umsetzen. Dauerwerbesendung. Liebe Shana, ja, es ist korrekt, du kommst zu mir in die Therapie. Mit dem Abnehmen hat das aber nichts zu tun oder mit dem Gewicht halten? Nein. Okay, kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen? Nicht, dass die Zuschauer dann denken, ja, ich möchte Pfunde verlieren, jetzt gehe ich mal zu Alexander Haus und der steht dann da. Und ich weiß nicht, was sagen. Nein, das Abnehmen hat nicht mit Alexander Haus zu tun. Das war meine Sache. Und was kann dieser Alexander Haus, was kannst du, was genau kannst du da empfehlen? Tipps und Tricks, Alexander Haus gibt gute Inspirationen im Alltag, wie man sie umsetzen kann. In unterschiedlichen Lebenslagen. Genau. Vielen Dank, liebe Shana. Danke, dass du heute bei uns warst und mir und den Zuschauern erzählt hast, was du für ein heilsames Wunder erlebt hast, wo du auch mitgearbeitet hast. Dankeschön. Bitte. Ja, ihr habt es gehört. Auch mit Gott kann man über Mauern springen, das sagt uns die Bibel schon. Und Shana konnte sogar über ihr Gewicht springen. Gewicht springen, was soll jetzt das wieder heissen? Man sagte immer mal wieder, du solltest über deinen eigenen Schatten springen. Und das denke ich, das hat Shana geschafft, wirklich sogar in körperlicher Hinsicht. Wenn ihr Fragen habt, dann sendet sie gerne ein. Wie Shana schon gesagt hat, ihr könnt natürlich anrufen und direkt vorbeikommen. Klar, auch für ein Interview. Aber ihr dürft auch eure Fragen einsenden, welche ich dann gerne in der Serie Fragen und Antworten beantworten werde. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit und verbleibe. Euer Alexander Haus. Ciao, ciao.